In diesem Pilates-Programm machen wir gemeinsam fünf Übungen mit Kleinhanteln. Nicht ganz richtig, mit zwei Wasserflaschen, die ersetzen unsere Hanteln. Setz dich aufrecht auf deinen Stuhl, deine Wirbelsäule aufgerichtet und die Arme nach unten. Dreh die Hände nach innen, atme zur Vorbereitung in deinen Bauch ein. Ausatmen, zieh den Bauchnabel fest nach innen und heb deine Arme nur so weit nach oben an, dass die Schultern unten bleiben können. Einatmen, absenken, dann geht's zur Seite. Ausatmen und einatmen. Und aus und ein. Und aus und ein. Immer den Bauchnabel gut nach innen ziehen, dein Powerhouse aktivieren. Deine Wirbelsäule bleibt ganz lang. Noch ein letztes Mal. Hoch. Und zur Seite. Okay, dann streck dein rechtes Bein aus. Ich mache das Ganze spiegelverkehrt. Beug deinen Oberkörper nach vorne. Atme ein und ausatme und führe die Arme nach hinten. Halte den Rücken gerade, ziehe den Bauchnabel nach innen. Ausatmen und einatmen. 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 Seite wechseln. Ferse wegschieben. Oberkörper nach vorne, Rücken gerade halten. Atme ein und ausatmen. Ziehe den Bauchnabel nach innen und führe deine Arme gestreckt nach hinten oben. Der Kopf bleibt in Verlängerung. Und ausatmen. Lass die Arme eng am Körper. Ausatmen, Bauchnabel nach innen ziehen. Bleibe stabil in deine Körpermitte. Noch zweimal ausatmen. Letztes Mal und lösen. Komm in die aufrechte Position. Breite deine Arme zur Seite aus. Halte deine beiden Wasserflaschen hier in deinen Handflächen. Die Arme bleiben in dieser Position. Atme ein und ausatmen. Dreh dich nach links auf. Einatmen zur Mitte, ausatmen nach rechts. Einatmen zur Mitte, ausatmen. Und ein und aus. Und einatmen, ausatmen. Einatmen, ein und aus. Und dann komm wieder zur Mitte. Beug deinen Oberkörper nach vorne. Streck die Arme nach oben aus. Zieh die Schultern von den Ohren weg. Halte deinen Nacken lang. Und dann atme ein und ausatmen. Heb den rechten Arm etwas höher. Einatmen nach unten. Ausatmen, links. Einatmen. Ausatmen. Und ein und aus. Ausatmen. Ausatmen. Und dann langsam lösen. Kurz die Arme auslockern. Dann kommen wir schon zu der letzten Übung. Streck deine Arme aus, halte sie hier oben. Atme ein, ausatmen, roll dein Becken ein, heb dein rechtes Bein nach oben an und beug deine Arme. Ganz wichtig, halte die Ellbogen oben. Einatmen und ausatmen. Und ein und aus. Und ein und aus. Ausatmen. Einatmen. Letztes Mal rechts. Letztes Mal links. So, das war unser Handteltraining auf dem Stuhl. Und falls du heute noch nichts getrunken hast, dann trinken wir einfach gemeinsam einen Schluck zum Schluss. So, meistens vergisst man nämlich das Trinken tagsüber. Prost! Und wenn du noch weitere Programme suchst, dann würde ich mich freuen, wenn du unseren Pilates-Channel abonnierst. Hier findest du kostenlos noch weitere Videos. Schau doch einfach vorbei.